So wirst du, Gringerei-Aus, gleich wie ein Fels und Stein bei meinen Winden sein. Wohl an, ich will und muss auch meine Sorg zerfahren, vielleicht wird mir das Erkugulatär stillschweigend abgeflahmen von ihm gefährt. Wohl, wenn er gegen dich sich gütiger erklärt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020